hey was geht hier ist crunchy und willkommen zu einer neuen folge von martha ist dead in der letzten folge sind sie hier vor der familiengruft stehen geblieben und ich würde sagen wir gehen mal weiter und erkunden sie mal ich kann verstehen warum wir als kinder angst hatten es ist ein ziemlich düsterer ort oh ja sieht schon sehr düster aus was haben wir hier hier haben wir gar nichts und irgendwelche bilder stimmt unsere vorfahren oder so wir können links rechts reingehen yo hakenkreuz ja moin die musik ist so schön was haben wir hier das habe ich hier gar nichts zum erkunden oder so da vorne liegt sie ich kann auch nur das grab benutzen ich bin mal gespannt wir öffnen einfach das grab unserer schwester möge gott mir vergeben für das was ich jetzt tun werde ich bete auch dass du warte mir verzeihen wirst was machen wir da was machen wir da so mit der anstalt und wir ich weiß ja nicht das stimmt schon irgendwie nein oder das macht man doch nicht alter das ist doch kein papier alter suchen wir da unembryo zwei köpfen es war die wahrheit marta war schwanger schwanger mit einem deformierten fötus mit zwei köpfen schon wieder zwillinge es hieß immer dass es in der familie liegt ein schock folgte dem nächsten ich tat dinge ich noch nie zuvor getan hat ich weiß nicht welche kraft mich antrieb ich wurde unaufhaltsam ich beschloss den horror als beweis zu fotografieren um ihn meiner mutter und allen anderen zu zeigen wer weiß warum redeter ich meine wir haben jetzt diese tat gemacht wieso müssen wir das nur fotografieren so als beweis es bringt doch keinem was zu weit weg jetzt stellen wir mal die schärfe ein so ich glaube andere richtung es reicht jetzt ich werde dich nicht länger quälen ich werde zurückkommen um dir zu helfen und ich werde bleiben und mich um dich kümmern wir werden viel zeit miteinander verbringen ich liebe dich marta ich glaube wir haben einen knacks ich meine wieso tun wir das unsere schwester an ich meine sie ist tot wir müssen sie ja nicht weiter quälen die flugzeuge ok dann würde ich sagen wir gehen mal raus sonst habe ich hier gar nichts Doktor ich muss ihnen für ihre hilfe danken ich wüsste nicht was ich ohne sie tun würde ich habe mich übergeschraubt unser lieber donna tilio scheint die situation nicht zu verstehen Irene bitte ziehen sie den gedanken in betracht italien zu verlassen wie ihr mann vorgeschlagen hat es wäre für alle das beste ganz besonders für das mädchen ich fürchte dass sie nichts gesund machen wird ihr vater will es nicht wahrhaben ich glaube die hoffnung ist längst verloren ich stimme zu aber in deutschland gibt es bessere behandlungen in spezialisierten kliniken die anstalt ist eine vorübergehende lösung nur um sicherzustellen dass sie nichts dummes anstellt aber sie ist ein furchtbarer ort das wissen sie nur zu gut das können sie unmöglich für ihre tochter wollen natürlich nicht aber was kann ich tun sie ist eine bedrohung für sich selbst für uns für alle eine von erichs pistolen ist ebenfalls verschwunden sie muss sie genommen haben wer hätte es sonst sein können ich habe solche angst Doktor ich kann nicht länger warten außerdem wissen sie was man in deutschland über italiener denkt oder aber sie werden mit erich zusammen sein einem geschätzten general jeder wird sie respektieren dieses verfluchte mädchen wo könnte sie stecken hoffen wir mal dass sie keine weiteren dummheiten anstellt ich werde hier im keller auf sie warten früher oder später wird sie in die dunkelkammer gehen das ist sicher ich würde gerne bleiben und ein auge auf sie werfen aber ich muss in die stadt um die letzten dinge für ihren krankenhausaufenthalt zu organisieren danke Doktor und keine sorge wir werden uns später sehen jo wie lange ist der gang eigentlich können wir nicht zurück gehen ne wir können nicht zurück gehen ok wir haben keine wahl wir müssen runter und wir haben die pistole holy moly wir haben echten knacks ey ich glaube wir bringen unsere mutter um weil wir denken dass äh unsere mutter die martha getötet hat oh mein Gott oh mein Gott ich geh mal weiter ja sie schläft das muss ich ausnutzen ich werde sie zum reden bringen sie wird die wahrheit offenbaren aus angst und sie denkt dass ich zum schweigen gebracht werden kann indem sie mich für verrückt erklärt aber ohne ihr wissen werde ich alles aufnehmen jeder wird wissen was du mit deiner eigenen tochter gemacht hast wir müssen quasi aufnehmen jo wir können bilder herstellen ich würde zu viel lärm machen und sie aufwecken ach ne das geht nicht schade ok wieder die schrille musik haben wir noch die pistole ja die pistole haben wir ja noch wir haben nur die mutter hier jetzt werde ich sie aufwecken und sie wird gestehen gar keine frage so wie wir mit der waffe wackeln was tust du meine tochter warum willst du dein leben ruinieren es tut mir leid ich war es nicht der gerade auf mama geschossen hat ich war es nicht hä doch oh Gott was habe ich getan sie hat mich gezwungen sie hat Martha getötet aber wer auf dieser welt wird mir das jetzt glauben sie werden mich in die irrenanstalt bringen diese filmrollen sind meine einzige hoffnung was macht sie da ein Schlüssel sie hatte also den Schlüssel zu meinem Kinderzimmer das hätte ich mir denken können ok Luft holy holy mein gott früher oder später werden hier weitere Bomben einschlagen dann wird alles zu ende sein automatisch gespeichert aber jetzt können wir eigentlich Bilder herstellen oder was was verdammt der strom ist ausgefallen jetzt kann ich die filmrolle nicht mehr entwickeln oh shit oh shit oh shit hallo geht doch an ok ok in der dunkelkammer können wir die nicht benutzen ok wir müssen quasi raus und den generator holen äh generator einschalten in der dunkelheit wenigstens habe ich jetzt endlich die Schlüssel zu meinem alten Zimmer aber warum war es überhaupt abgeschlossen ja vielleicht hatte sie Geheimnisse vor uns oder so so was haben wir hier haben wir immer noch den gleichen Brief jo macht doch das Licht nicht aus gemeinde san casano provinz florent achso das haben wir ja schon ich meine wir können noch donna tilo anrufen entwickel das Foto ja Foto müssen wir auf jeden Fall entwickeln 6 9 3 8 ich glaube ich rufe mal donna tilo an ne ich mache erstmal strom an und dann schaue ich mal weil das ist mir schon ein bisschen zu dunkel ok erstmal die Räume untersuchen ok der sieht safe aus ich meine das Ding ist es gab ja hier so einen Anschlag also muss die Bombe irgendwo in der Nähe platziert sein oder ja hochgegangen sein und das heißt dass vielleicht Angreifer reinkommen oder so und die Küche ist ja auch useless alter man hat ja gar nichts in der Küche glaube ich ok die Stadt brennt ok die Lichter sehen ein bisschen komisch aus als ob die Superman oder Batman rufen wollen oh Kirche die Kirche hat es erwischt hier war der Anschlag oder hier kam der Angriff krass 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 alles zerstört dann würde ich sagen wir gehen mal hier hinterm Haus und entwickeln wir mal suchen mal den Generator beziehungsweise vielleicht finden wir was so jo wir müssen hier runter wir humpeln oder kann es sein wir laufen übel komisch ok ich höre schon den Generator ja die Stadt brennt krass 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 ja Generator schon an du müssen wir zu einem anderen warte ich guck mal auf Ziele Fälle mit dem Kleid Telefon nee Karte das Fahrrad ja Fahrrad bringt mir jetzt nichts das müssen wir noch machen ja aber der Generator der ist hier an dann müssen wir nach Hause irgendwie der ist schon draußen der Generator läuft eigentlich was ich wollte ist noch in zum See was gucken ich hoffe das können wir noch machen ist hier gar nichts oder nee ja moin wo ist der Generator jedes Fahrrad will ich jetzt nicht holen vorne war ja was oder jo ich habe keine Ahnung wo das ist ja im Haus kann es ja nicht sein oder doch im Haus muss das ja sein die Zeitung haben wir ja glaube ich gelesen oder ist das ein anderer Tag ne die haben wir schon gelesen ne die haben wir schon gelesen sooo ich kann es ja nicht sein der muss dann irgendwo im Keller sein oder wenn ich so ein Generator wäre wäre ich bestimmt im Keller weil da habe ich meine Ruhe und so keine Glühbirne haben wir hier unsere Mutter ja jo Generator wo bist du jo hier haben wir nur den Wein ok ich bin verwirrt ja aber das läuft doch alles ey oder wir müssen dahin wo wo wir die eine Leitung abgeschnitten haben äh ne hier kommen wir nicht raus ne hier kommen wir nicht raus da vorne in Co da war doch ein Generator ich guck mal vielleicht finde ich was vielleicht finde ich was ja hier sieht aber nicht so aus und da vorne haben wir noch die Kirche hier war der ja irgendwo hier Telefonmaß Jo ich bin ja richtig verloren bitte wir müssen einfach nur in den Schlüssel rein äh zum Schlüssel warte ich geh nochmal runter hier ist gar nichts hier ist gar nichts hier ist gar nichts hier ist gar nichts kann ich auch nichts machen die Tiere liegen da immer noch die Tiere liegen da immer noch sind Fliegen dazu gekommen Jo Generator läuft doch aber der läuft doch ey ich verstehe es nicht ich glaube ich geh mal zu meinem Zimmer vielleicht müssen wir ja davor was anderes machen äh Generator ich mein keine Ahnung wir haben den ja der läuft doch können wir halt auch gar nichts machen okay da kommen wir auch nicht rein also da vorne ist ja nur ein Ding ja wir können hier in das Zimmer aber können wir auch hier rein Generator bei den Eltern oben ich glaube ich geh mal ins Zimmer ich glaube ich geh mal ins Zimmer boah was war das ich glaube ich geh mal ins Zimmer ich habe keine Ahnung ich dachte ich kann jetzt den Generator einschalten dann stellen wir die ganzen Bilder her endlich kann ich mein Zimmer betreten aber das war glaube ich nicht unsere Mission ein fröhliches Zimmer ja sieht er neu aus ey haben wir ein Puppentheater oder so ne Theater aber es würde da niemand wohnen ey das sieht schon komisch aus ich fühle mich wieder wie ein Kind ich habe mit den Puppen das nachgespielt was in meinem Leben passiert ist um den Kopf frei zu bekommen will ich das noch einmal tun nach so vielen schrecklichen Ereignissen habe ich es endlich geschafft die weiße Frau zu treffen zumindest glaube ich das sie glaubt das einer alten Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht die von dem Mann den sie liebte getötet wurde ein nächtliches Rendezvous am See so viel Hoffnung und Sehnsucht aber der Tod erwartete sie nicht die Liebe Verwende um verfügbare Lektionen anzuzeigen den Mond ansehen was für ein wunderschöner Mond heute Nacht mein Liebster ist noch nicht da ich werde warten aber geil gemacht endlich bist du da was ist los warum verhältst du dich so seltsam achso achso das würde ich nie tun ich liebe dich ich liebe dich ich liebe dich zu sehr der Gedanke an dich mit einem anderen macht mich wahnsinnig deshalb musst du sterben äh 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 люks äh 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 versucht also sie suchten überall aber die leiche der frau wurde nie gefunden seitdem ist ihr geist bekannt als die weiße frau diese geräusche schon cool gemacht diese puppe nun kann ich beginnen zunächst einmal sollten wir klären was in der nacht vor dem verfluchten 16 juli passiert ist so diese sturm sie sagten der krieg ist bald vorbei papa sagt dass wir verlieren was wird dann passieren sie werden uns alles nehmen werden wir nach deutschland gehen ich befürchte das werden wir die ist ja stumm deswegen kann sie ja nicht reden hast du lapo gestern gesehen oh gute frage wieso fragst du ja gute frage ich habe gesehen wie er die scheune verlassen hat warst du nicht dabei wir machen ja zeichensprachen mit ihr nein möchtest du morgen früh mit mir zum see gehen sie uns eigentlich angelungen mit lapo ich möchte ein paar fotos machen was ist wenn mama ist herausfindet lass uns im morgengrauen aufbrechen mama hat sowieso einen tiefen schlaf du weißt dass sie dieses medikament genommen hat wirst du tatsächlich im morgengrauen aufwachen wir sind hier in schlafmütze weckt mich auf ja aber wieso betten tauschen das verstehe ich nicht klar tolle idee ja Es geschah folgendermaßen Am Morgen ging Martha zum See Und gab vor, ich zu sein Um ihre Schwangerschaft zu offenbaren Sie wusste, dass Mama ihr dorthin folgen würde Ich kann jetzt nur raten, was passierte Als sie sich am See trafen Okay, wir können nur raten Aber wir wissen ja nicht die Wahrheit Ein Messer nehmen Ich dachte, wir können nicht reden Was willst du von mir? Zieh dich aus, ich will deine Schande sehen Oh, okay Ich zieh dir das Kleid aus, du dummes Mädchen Ein Messer nehmen Okay, wir ziehen uns mal aus Du bist also schwanger Deine Schwester hatte recht Ein Bad nehmen Naja, wenigstens hatte ich Spaß Ja, nehmen wir mal ein Bad Komm aus dem Wasser Ja, aber was bringt uns das? Ja, wir können nur den Stock nehmen Willst du mir wehtun? Das scheint mir nicht sehr stichhaltig zu sein Aber alles könnte wahr sein Jo, wir müssen das so nachspielen wie Ding Wie es war Holy Moly Ja, okay, komm Was willst du von mir? Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Besser nehmen Tut mir leid, Mama Ich wollte nicht ungezogen sein Nein Martha kann unmöglich versucht haben Nett zu ihr zu sein Achso, wir müssen aussehen Dass wir das Messer nehmen Und irgendwie uns verteidigen, oder? Wir wollten ja eh baden gehen Du bist also schwanger Deine Schwester hatte recht Was willst du von mir? Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Naja Wenigstens hatte ich Spaß Okay, jetzt wird es zu aggressiv Dafür werde ich dich bestrafen, du Hure Jo, die Mutter Versuch es doch Trau dich Ah, Stock Oh, mit dem Messer Das erklärt vielleicht auch die Die Stofffetzen Das könnte genau das sein, was passiert ist Okay Ich werde nie genau wissen, was passiert ist Aber ich glaube, ich habe eine Vorstellung Seitdem ist ihr Geist bekannt als die Weiße Frau Kennst du unsere Mutter, oder? Ein kleiner Arm Ein kleines Bein Okay Noch ein kleiner Arm Okay Noch ein kleines Bein Oh, nur noch der Kopf ist übrig Jetzt wischen wir das Blut auf, oder? Ja Dann Jetzt Schaufel benutzen. Schaufel benutzen. Es ist nur ein schlechter Scherz. Die Kirche, die Stadt, sprich, die Weiße Frau. Der Kopf, holy shit, ey. Aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Euer Crunchy. Untertitelung. Untertitelung. Untertitelung.